Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, gestern haben wir uns das Nicht-Erschrecken-Video angesehen, was mich ein bisschen mehr aus der Bahn, beziehungsweise mein Herz aus der Herzrhythmus-Laufbahn geschmissen hat. Haben uns angesehen, schaut da gerne vorbei, falls es verpasst. Jetzt haben wir das andere Video, Freunde, kein Memme zeigen, was hoffentlich ist. Bitte, ey, wenn ihr noch irgendein Scare-Moment kommt, ich bin einfach tot, Mann. Ich überlebe das nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ihr seht nur, ich vermisse das EA-Intro. Wir sehen das EA-Intro, da freue ich mich drauf. Ich habe mir gerade eben erst das andere Video angesehen, deswegen bin ich noch ein bisschen neben der Spur, Alter. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Check das Video von gestern, Link zum Original in der Beschreibung. Und bitte, wenn jetzt ein Scare kommt, ich glaube, ich habe einen Herzrhythmus-Kasper-Störung entfragt. Heute ist es wieder so weit, heute kommt eine neue Episode von Sascha-Lies-Kommentare. Ganz traditionell fange ich mir an mit einem Top-Kommentar aus der letzten Episode. Let's go! Ich verliebe mich alle elf Minuten auf Parship. Mehr Anzeigen. Klaus 62, dement. Och, nee. Was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Geht ein Panda über die Straße. Mehr Anzeigen. Bamm, Bus. Die Kompentare werden ja immer schlimmer, Mann. Oh, bitte nicht so früh in der Episode. Ja, bitte. Och nein, oh nein, doch. Was für ein Gespräch führt ein depressiver Pole. Mehr Anzeigen. Diebtalk. Wie ne... Okay, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Nettmannes, wenn Sascha ein Porno dreht. Nettmannes, wenn Sascha ein Porno dreht. Boah, weiß nicht. Ey, keine Ahnung. Mehr Anzeigen. Kurzfilm. Okay. Oh, okay. War nicht schlecht. Ne, war nicht schlecht. No. Ich finde das heftig. Was ist der Zug von Justin, wenn er aus der Bahn fliegt? Mehr Anzeigen. Oh. Gleist out. Gleist out. Safe. Gleist out. Bitte. Gleist out. Biere. Sehr nice. Mich würde interessieren, was du mit Gesundheit verdient hast. Bester Nieser meines Lebens. Bruder, 12,51 Euro, Realtalk, das ist gut für ein 1-Sekunden-Video. Selbst wenn das eine Million Aufrufe hat, das ist gut. Vertraut mir, das ist gut. Ich bin ich. Sportlehrer, heute fangen wir mit den Übungen an. Mehr Anzeigen. Ali, es heißt die Übungen. Aber Ali, Ali hat gut aufgepasst im Deutschunterricht. Oh, Leute, Leute, ihr seht's nicht. Ihr seht's nicht. Warte, ich mach mal eine Feske wieder nach oben. Er geht in der Rift. Bitte geh, spring. Spring wie ein kleines Pferdchen rein. Spring rein. Beim ersten Schlag in einer Schlägerei ist es wie bei einem Rollstuhlfahrer. Mehr Anzeigen? Ich kann ihn nicht laut vorlesen. Das geht nicht. Kein Mehr. Bruder. Ehren, äh, Leeroy. Mehr Anzeigen. Ich freu mich an Erste, Mehr Anzeigen. Einfach für Stille, Digger. Ich kann dieses Video nicht anschauen. Mehr Anzeigen. Alles ist im dichten Nebel gehüllt. Och, nee, das ist doch schon längst vorbei. Jetzt fack bitte nicht wieder damit an. Bitte nicht. Och, Internet Explorer, Ehre. Was sind Italiener ohne Arme? Mehr Anzeigen. Zu 90% sprachbehindert. Und auch mal wieder Grüße an meine italienischen Zuschauer. Uhu ist kein Tier, uhu ist Kleber. Das ist für mich ein krank geiler Körper. Ich hatte nur die Heizung laufen lassen, wird langsam kalt. Real Chalk. Oh, das ist angenehm. Ey, Leute, jetzt no joke. Manchmal höre ich mir sowas zum Einschlaf, Mann. Manchmal höre ich mir sowas echt zum Einschlaf, Mann. Auch manchmal Ventilatoren und Föhn und was gibt's noch? So Belüftungsanlagen und sowas. Soll ich mir zwei Einschlaf, also auf Kopfhörern und dann schlafe ich dazu. Ey, das ist angenehm. Ich schlag's euch. Das ist angenehm. Keine mehr mitzeigen. Wenn Yo Oli in der Stadt ist, mehr Anzeigen. Keine Schwester zeigen. Sie kommt zu mir von allein allein. Keine... Bruder, das ist echt. Schwäche zeigen. Sieht man das? Ich glaube nicht. Oh nein, wollte sie keine Schwäche zeigen. Justin sieht man das? Ich glaube nicht. Ich sehe gar... Ich sehe gar nichts. Oh, er spielt die ganzen Clips ein, okay. Dir. Hab ich wixen? Oh ja, Digger. Ah, kein Name. Verpiss dich, du. Walla. Oh mein Gott. Meine Schwester und meine Freundin haben den gleichen Namen. Das ist doof. Immer wenn wir Sex haben, muss ich an meine Freundin denken und... Ey, ja, den kennt man doch. Das ist doch der Oldschool-Hase hier. Leute, an der Stelle bin ich komplett raus. Gesundheit. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben verlassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt. Dann könnt ihr jetzt auch kostenlos verleihen. Was ist einer oder der Motorrad? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt. Ich muss sagen, Freunde, die Videos sind ein bisschen kurz. Und das war... Es war nicht die beste Ausgabe von... Sascha Ullis Kommentare. Leute, ihr müsst wieder bessere Kommentare schreiben. Retalk. Da waren alte Jokes dabei. Schlechte Jokes dabei, muss ich sagen. Vielleicht ist mein Herz noch ein bisschen gefickt von dem eben. Von dem Erschreck-Video. Deswegen bin ich jetzt vielleicht ein bisschen negativ gestimmt. Und konnte nicht über alles lachen, weil ich noch ein bisschen im Film bin. Aber ich muss mich jetzt auch erstmal an der Decke einhören. Und ein bisschen wieder Heizungsgeräusche auf Kopfhörern hören. Ihr kennt mich. Aber ansonsten, cooles Format auf jeden Fall. Die Videos könnten ein bisschen länger sein. Aber ich will mich auch nicht beschweren, Freunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach bei einem nächsten Video wieder, ja. Och, ich muss mich echt einwickeln. Ich muss mich echt einwickeln, Leute. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh einfach so wie immer, ja. Und ciao.